Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine super coole Sache für euch. Und zwar teste ich heute das Dupe, angeblich das beste Dupe, zu der Bare Real Mascara von Benefit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, denn da habe ich noch eine super coole Verlosung für euch. Ihr könnt euch vielleicht schon ein bisschen denken, was es ist. Nein, es ist nicht die Originale Bare Real Mascara, aber vielleicht hier sowas. Ja, auf jeden Fall bis zum Ende dran bleiben und zuschauen und Kräfte kommentieren und alles, was dazu gehört. Blablabla, genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und sage bis später, denn ich werde mich später nochmal melden. Ja, wollen wir mal starten. Und zwar werde ich hier auf dem rechten Auge. Von euch links aus die originale Bare Real Mascara von Benefit auftragen. Und auf dem linken Auge werde ich den Dupe dazu auftragen. Ich werde es jetzt erstmal bei den oberen Wimpern belassen und die antrocknen lassen, da ich nämlich öfter schon das Gefühl hatte, dass wenn ich direkt danach meine unteren Wimpern getuscht habe, dass ich total die, ähm, ja, schwarzen Flecken auf meinem Augenlid hatte. Ich merke auf jeden Fall jetzt schon mal einen Unterschied dazu, ob ich vorher eine Wimpernzange benutzt habe oder nicht. Ich finde das vorher mit einer Wimpernzange rum einiges schöner. Ähm, ich meine, der Schwung und diese Wimpern, wie die jetzt getrennt sind, sind natürlich auch super schön. Aber, ähm, ja, ich finde den Schwung einfach tausendmal schöner, wenn man vorher eine Wimpernzange benutzt hat. Aber ja, ich habe es leider gerade vergessen. Aber ich finde auch eigentlich besser, das mal zu wissen, wie das Ergebnis dann wirkt, wenn man halt einfach keinen anderen Hilfe dazu hatte. Also keine Wimpernzange. Und ja, bin trotzdem sehr zufrieden damit. Entschuldigt auch meine Augenbrauen. Es ist irgendwie ein ewiges Elend. Ich weiß immer noch nicht so ganz wie und ob und keine Ahnung. Also, ich meine, meine Augenbrauen haben sich um einiges verändert. Aber ich bin immer noch so unzufrieden mit denen. Und, ja, ich glaube, es bedarf noch ein bisschen Zeit. Ja, machen wir mal weiter mit dem Dupe. Und da bin ich wirklich so gespannt. Und ich hoffe wirklich, dass der mithalten kann. Denn ich finde 5 Euro um einiges besser als 25. Ich merke jetzt schon, dass die Farbabgabe hierbei leider nicht so extrem gut ist. Aber irgendwie wiederum auch sogar besser. Weil, ich finde, je weniger Farbe abgegeben wird, desto eher verkleben die Wimpern nicht so. Und ich merke jetzt schon, dass ich hier viel getrenntere Wimpern habe als auf der anderen Seite. Und, ja, also die sind einfach der Fächer, sage ich jetzt mal. Sieht schöner aus. Aber es könnte ein bisschen mehr Farbe abgeben, finde ich. Ja, man sieht auf jeden Fall, glaube ich, einen Unterschied. Zumindest, dass die Wimpern mehr Farbe auf dem Auge haben. Auf den Wimpern so. Ich werde jetzt nochmal in die Mascara reingehen und noch eine zweite Schicht auftragen. Um zu schauen, ob dann vielleicht das sich ein bisschen ähnlicher wird. Also, ich finde, man sieht jetzt keinen großen Unterschied mehr. Außer, dass die Wimpern finde ich immer noch so ein bisschen verklebt daraus sind. Aber kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Ich finde die linke Seite sogar schöner. Was sagt ihr? Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Welche Seite findet ihr schöner? Ich werde jetzt nochmal unten meine Wimpern tuschen. Dazu wieder die Originale der Real Mascara. Ich habe auch übrigens gehört, dass der Tester nicht so schnell austrocknet, wie die Original-Wimperntusche. Also, irgendwie finde ich das ein bisschen dumm. Also, mein Tester ist eigentlich noch sehr gut. Also, der ist nicht vertrocknet oder so, eingetrocknet. Aber ich habe von Leuten, die die Original-Verpackung haben, also die Original-Größe, habe ich gehört, dass die sogar lieber den Tester benutzen als die Original-Größe. Ja. Auch hier meine Wimpern sehen, finde ich unten sehr extrem lang aus. Und haben einen schönen Sprung, oder? Aber wieder ist es wirklich sehr Produkt, finde ich, auf den Wimpern. Äh, sehr viel Produkt auf den Wimpern. Finde ich irgendwie ist Geschmackssache. Bin ich mal gespannt, wie die unteren Wimpern auf der anderen Seite aussehen. Ähm, was sagt ihr? So, wenn ich den ganzen Tag nach hier gucke, aber ich sehe da den Bildschirm und hier unten meinen Spiegel. Ähm, ich finde, man sieht einfach echt kaum einen Unterschied. Also, ich finde, wie gesagt, eben die linke Seite schöner. Ich kann es jetzt noch zehnmal sagen. Ähm, nur man muss halt öfters drüber gehen. Hier sieht das eher mehr so spinnenmäßig, spinnenweinmäßiger aus. Findet ihr nicht? Oder ich bilde mir das gerade ein. Also, wirklich voll das schöne Ergebnis. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist schon das Ende von meinem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu kurz geworden. Aber ich finde es einfach super wichtig und ich finde es auch mega cool, mir selber Videos anzugucken, wo Leute Sachen testen, die vielleicht etwas günstiger sind, als halt diese High-End-Marken. Und ich meine, ich bin super begeistert von dem Produkt und ich kann das auch wirklich jetzt nach der ersten Anwendung schon weiterempfehlen. Äh, ich denke, ihr könnt euch auch selber ein eigenes Bild machen, wenn ihr halt die Bilder seht, wie ich das aufgetragen habe und wie es am Ende aussieht. Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, würde ich euch sehr gerne ein Dupe davon verlosen. Also eine Mascara. Lasst es, lasst sie mich kurz suchen. Keine Ahnung, wo ich sie schon wieder hingeworfen habe. Und zwar würde ich euch sehr gerne diese Absolute Lashes von W7 oder W7 verlosen. Wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ihr solltet abonnenten meines Kanals sein. Und ja, dann habt ihr halt die Möglichkeit, diese Mascara zu gewinnen. Ich weiß, das ist eine sehr, 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 sehr kleine Verlosung. Aber ich finde einfach, es ist mega cool, ein Video zu schauen und vielleicht sogar etwas davon zu bekommen. Also etwas euch wiederzugeben. Und ja, weil ich ja eben so begeistert von dieser Mascara war, würde ich euch die halt sehr gerne einfach weitergeben. Und einer von euch kann die halt eben gewinnen. Ich hoffe, dass ihr damit zufrieden seid und dass es nicht eine allzu kleine Verlosung ist. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Snapchat folgt. Ich liebe Snapchat, ich bin auch sehr aktiv. Und ja, ich freue mich über jeden, der mir da zuschaut. Ihr könnt mir da auch sehr gerne schreiben. Also falls ihr irgendwie mal Fragen oder so habt, ich antworte auch aktiv. Ähm, ja. Ich bin heute völlig durch den Wind irgendwie. Deswegen sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.